Kochen 10.12.2018 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube Füsse und Pakete Zutaten das Gemüse auslassen Die Pakete und die Füsse dazugeben Mit dem Weißwein ablöschen Im Backofen 6 Stunden schmoren lassen Die Pakete werden aus den Lahm-Eingeweiden zubereitet Die mit einem dicken Würfel gepökeltem Schweinefleisch und Kräutersauce gefüllt In Dreiecke geschnitten, zusammengerollt und zugebunden werden Ich empfehle Ihnen sie von Ihrem Kaldaunenhändler vorbereiten zu lassen Das Gemüse in etwas Olivenöl auslassen Wenn es schön angebräunt ist, die Füsse hineingeben, dann die Pakete Die Tomaten als letztes zufügen, salzen, pfeffern und scharf würzen Mit 1i gutem Weißwein auffüllen und mit Wasser ergänzen 6 Stunden bei Schwarz-Erhitze garen Wenn sie gar sind, die Pakete und die Füsse herausnehmen Die Soße noch einmal aufkochen, damit sie saurer wird Dieses Gericht muss sehr heiß mit Dampfkartoffeln serviert werden